In diesem Video reden wir über das Thema, wie man Amalgam-Füllung sicher für euch als Patienten aus euren Müttern entfernt. Mein Name ist Christian Zotzmann, ich bin Spezialist für Biologische Zahnerkunde und Implantologie in Balingen. Du stehst vielleicht gerade vor einer Amalgam-Sanierung oder einfach von der Entfernung deiner Amalgam-Füllung und willst wissen, ob das entsprechend in der Praxis, wo du bist, auch sicher für dich gemacht wird. Dann frag doch einfach mal nach, wie diese Amalgam-Sanierung denn abläuft, denn es gibt gewisse Schutzvorkehrungen, die man unbedingt treffen muss, damit das Quecksilber, das ja 50% von der Amalgam-Füllung ausmacht, nachher nicht in deinen Körper gelangt. Worst Case als Dampf, der beim Rausbohren entsteht, denn dieser Dampf ist direkt durchgängig durch die Blut-Hirn-Schranke. Da würde ich mal nachfragen, denn du willst ja nicht nach einer Amalgam-Sanierung eine Schwemm-Metall-Belastung bekommen und da solltest du dann dir schon ganz sicher sein, dass die Entfernung auch fachmännisch durchgeführt wird. Wir bei uns machen das seit 10 Jahren und treffen da bei jeder Amalgam-Sanierung entsprechende Schutzmaßnahmen, damit genau das nicht passiert und wie das abläuft, erkläre ich dir jetzt. Das Wichtigste bei der Entfernung von der Amalgam-Füllung ist nicht, was viele Leute denken, dieses Gummispanntuch, dieser sogenannte Kofferdamm, der ist natürlich immer Pflicht, den anzulegen, der schützt aber nur vor groben Splittern, vor groben Stücken, dass er die nicht quasi am Stück verschluckt. Das haben die meisten vielleicht schon mal gesehen in anderen Videos oder vielleicht selber beim Zahnarzt schon mal erlebt. Das ist eine Art Gummispanntuch, wo ein Loch drin ist, wo nur der Zahn durchguckt, aus dem die Amalgam-Füllung rausgebohrt wird, damit im Prinzip nachher keine Splitter und quasi nach hinten in den Rachen runtergehen. Das ist eine wichtige Schutzmaßnahme, aber sie ist mit Abstand nicht die wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr keinen Dämpfer einatmet, die durch das Ausbohren der Füllung entstehen, denn Quecksilbe ist ein relativ flüchtiges Material, das verdampft ja schon bei Raumtemperatur. Wenn ihr euch vorstellt, man geht da mit einem Bohrer relativ hochturig durch das Material, können diese Dämpfe eben entstehen. Deswegen ist eine andere oder die nächste wichtige Schutzmaßnahme ist, dass man als Behandler nicht so hochturig arbeitet, also dass man nicht mit der sogenannten Turbine, die sich mit 200.000 Umdrehungen dreht und einem Diamantschleife diese Füllung entfernt, sondern mit einer Hartmetallfräse, die etwas niederturiger fährt und dadurch natürlich auch weniger von diesen Dämpfen provoziert. Diese Dämpfe sollten durch entsprechende Absauganlagen abgefangen werden. Da reicht dann auf der normale Sauger eben nicht aus. Dazu verwenden wir spezielle Raumentliftingsanlagen. Wir haben in der Regel sogar auch immer noch das Fenster offen, sogar im Winter. Und spezielle Sauger, die quasi über den Zahn drüber gestülpt werden, ergänzend zur Raumentliftungsanlage, die quasi wie so ein Kanonenrohr direkt vor eurem Mund schwebt. Und da merkt ihr auch, da ist richtig Zug drauf, damit diese Dämpfe nicht von euch eingeatmet werden können. Dazu kommen natürlich die üblichen Schutzmaßnahmen wie eine Nasenmaske, dass eben auch da Dämpfe direkt abgefangen werden, Schutzbrillen etc. Man fühlt sich da in der Sanierung ein bisschen wie ein Astronaut. Und wenn diese Maßnahmen alle getroffen werden, dann könnt ihr vor allem diese Dämpfe eben nicht abbekommen, was ja so das Worst-Case-Szenario wäre. Des Weiteren kann man natürlich im Vorfeld und im Nachgang mit gewissen Supplements gewisse Präparate zu sich nehmen, die auch schon entgiftend wirken. Aktivkode zum Beispiel im Nachgang, die ja auch Schwermetalle binden. Das sollte doch mal ein Stückchen vielleicht verschluckt werden. Das kann ja mal sein, man boostet im falschen Moment und man verschluckt ein kleines Stückchen, dass das möglichst alles abgebunden wird und wieder ausgeschieden wird und nicht irgendwo in den Körper gelangt. Das sind einfach so ein paar Schutzmaßnahmen, die man ergänzend noch treffen kann. Und wenn das alles so durchgeführt wird, dann seid ihr oder könnt ihr auf der sicheren Seite sein, dass ihr in einer Praxis gelandet seid, wo das auch regelmäßig gemacht wird und für eure Sicherheit eben auch das Notwendige an Vorkehrungen getroffen wird. Wenn die Amalgam-Füllungen dann entfernt wurden, dann ist natürlich auch die Frage, was macht man dann rein, weil man kann den Zahn ja so dann nicht belassen. Die nächste Frage ist davon abhängig, wie groß der Defekt ist. Hast du kleine Defekte, kann man in der Regel direkt nach der Amalgam-Entfernung die Defekte mit entsprechenden Kombus-Füllungen versorgen. Sind es schon größere Defekte, wird vielleicht daraus ein kleines Keramik-Inlay oder eine Teilkrone und wenn es dann doch eine relativ große Füllung war, ist häufig eine Vollkrone nötig. All diese Materialien sind, wie gesagt, diese festsitzenden, laborgefertigten Teile. Hier sind alle aus Keramik, also super, super bioverträglich bei den kleinen Defekten, wo wir Kombus-Füllungen nehmen. Auch da gibt es nur super gut verträgliche Kombus-Füllte heutzutage, die nichts mehr mit diesem Standard-Kombus zu tun haben. Das muss man, wie gesagt, aber individuell in der Beratung sehen und mit dir am Vorfeld besprechen. Wenn du also gerade vor diesem Thema oder vor dieser Entscheidung stehst, dir Amalgam entfernen zu lassen, ja oder nein, und wenn, wie wird es gemacht und wo wird es gemacht, dazu beraten wir dich gerne, auch natürlich im Hinblick auf Kosten, die da auf dich zukommen. Das sollte man im Vorfeld immer mal individuell besprechen. Hinterlass gerne eine Anfrage über unsere Homepage. Wir melden uns bei dir für ein kleines Erstgespräch und schauen, wie wir dir helfen können. Ansonsten, wir freuen uns immer über ein Abo, drück die Glocke. Bis zum nächsten Mal, dein Christian Schatzmeier.